Von Adolf Hitler. Angeblich soll es Rudolf Hess abgetippt haben, der in Wunsiedel beerdigt wurde. Und dann, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Na prima. Hier ist der Mitgliedsantrag für unsere Parteijugend. Ey, wow, danke. Komm das nächste Mal mit zum Jugendkameradschaftsabend. Ich musste mir mal schnell was einfallen lassen, damit dieser Schwachzimmer aufhört. Untergreifung Hitlers, quasi Abschaffung der Demokratie, Einsetzen der Diktatur, nach dem Reichsparteitagsbrand, wurden dann quasi die Gestapo, die geheime Staats... Courage heißt ja Mut. Und den kann man eigentlich nur zeigen, wenn man auch so eine Grundbefürchtung hat. Das ist ja auch das, was... Die Befürchtung, dass es schlimmer wird mit den Neurechten Umtrieben, ist eigentlich viel größer als die Angst, dass mir was persönlich passiert. Der Plan gewesen, dass man halt laut Lehrplan mit Schulbildung zwei Schulwochen...